Ich bin gerne Dachdeckerin, weil ich die Arbeit an der frischen Luft sehr mag. Weil es der Beruf mit den besten Aussichten ist. Weil ich gerne an der frischen Luft arbeite und auch in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen tätig bin. Weil der Beruf ziemlich vielfältig ist. Weil ich am Ende des Tages sehe, was ich gemacht habe. Weil ich bei der Arbeit dann nicht im Büro sitzen muss. Bis zum nächsten Mal!